Hallo Freunde, hier ist Olle Güni aus der Niederlausitz. Der Micha vom YouTube-Kanal Schattenreiter1969 hat da so eine Challenge ins Leben gerufen. Saubere die Natur. Es haben schon viele mit einem Video geantwortet und ich habe immer die Zeit genommen, die im Moment sehr knapp ist bei mir. Und bin an unseren Badesee gefahren. Der Badesee nennt sich die Garkoschke. Und hier werde ich heute Müll sammeln. Ja, alles klar. Total wilde Feuerstelle mit einer Haufe Scherben und Müll. Unmöglich. Ich habe jetzt was gegen Mücken gefunden. Wunderbar. Und weiter geht's. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Micha, ich hoffe du bist zufrieden mit meiner Müllsammelaktion. Macht alle mit, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, Momentchen? Ja, ich bin gleich da zum Abendbrot. Ich bin gleich zu Hause. Ciao, ciao. Hier muss ich mir aber sputen. Die Frau wartet schon mal an dem Boot. Bis demnächst. Hallo Freunde, hier ist Ole Guni aus der Niederlausitz. Der Micha vom YouTube-Kanal Schattenräter1969 über die Mommy Breeze. Das ist es. Also, was macht das Hill такой gesund?